Herzlich Willkommen in Berlin, herzlich Willkommen in Charlottenburg, willkommen am Schloss Charlottenburg, wo die New Line Optik ihren Sitz hat. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahre 2005 durch ihren geschäftsführenden Gesellschafter Stanislav Gempel. Stanislav Gempel war auch der erste Außendienstmitarbeiter, der New Line Optik hat persönlich sich um den Vertrieb der Designerbrünen gekümmelt. Von hier sind es nur wenige Gehminuten bis zur New Line Optik in der Taurubner Straße. Wir überqueren die Spree und da sind wir schon vor dem Büro am Schloss, wo die New Line Optik seit 2010 ihren Sitz hat. Willkommen bei der New Line Optik. Unser Kontaktcenter kümmert sich um die Terminierung für den Außendienst. Unser Lager sorgt für kurze Lieferzeiten und die Teamleiterin Frau Schulze ist Ansprechpartnerin für die Mitarbeiter im Vertrieb innen und außen. Moderne Technik, Skype, iPad sorgen für ständige Kommunikation zwischen der Zentrale und den Mitarbeitern. Aber jetzt haben wir einen Termin bei Herrn Gempel. Jetzt hast du einen Einblick hinter die Kulissen bei uns bekommen. Du weißt, wo wir sind und was wir machen. Jetzt geht's um dich. Wir suchen einen Vollblutverkäufer mit charismatischer Vertriebspersönlichkeit. Ob Männlein oder Weiblein spielt für uns keine Rolle. Du bist hochmotiviert. Du lebst und liebst den Vertrieb. Du hast Benzin im Blut. Du bist gut organisiert und gehst die Herausforderung strukturiert an. Wenn du den richtigen Kampfgeist und ein Steh-auf-Männchen-Mentalität hast, dann bewirb dich bei uns. Die aussagekräftige Bewerbung erwarten wir mit Motivationsschreiben, Kontaktdaten und dem Lebenslauf an personal.newlineoptik.de. W 척-auf-Männchen. Wird noch nicht die Aufmerksamkeit mit Motivationsschreiben. Wird noch nicht die Gemeinschaftsserie vom Menschen, wie die Straubschreiben schilte, dann ein Bernd des星iges. Wird noch nicht die Aufmerksamkeit. Wird noch nicht die Aufmerksamkeit. Wird noch nicht die Aufmerksamkeit. Untertitelung des ZDF, 2020